Wie Du Deine YouTube Video Rankings deutlich verbessern kannst habe ich jetzt gerade einen tollen Trick herausgefunden und den möchte ich Dir in diesem Video zeigen und wir starten wie immer nach dem Intro. Ja um kein Video mehr von mir zu verpassen abonniert meinen Kanal und betätige die Glocke für meine weiteren Updates. Wenn Du mir gerne einen Kommentar hinterlassen möchtest oder Fragen hast dann stell mir diese bitte einfach unter dem Video in der Kommentarsektion ich versuche natürlich die zu beantworten und falls Du Deinen Kanal auch mal in bare Münze verwandeln möchtest da habe ich einen kostenlosen Kurs für Dich erstellt mit 8 Methoden auch den findest Du unten in der Beschreibung. Ja und jetzt geht es los mit diesem Trick da bin ich mehr oder weniger durch Zufall drauf gestoßen und der hat mit einer relativ neuen YouTube Funktion zu tun und das sind YouTube Zeitstempel. Was ist das jetzt? Ich möchte Dir das jetzt zeigen. Ich habe mir jetzt ja vor kurzem diesen DJI Pocket 2 gekauft das ist so ein kleiner Gimbal zum Filmen der die Bewegungen ausgleicht und wie man das eben so macht schaut man sich im Internet um ob man Tutorials findet und wo ehrliche Meinungen abgegeben werden. Und da habe ich hier dieses Video von diesem YouTuber gefunden also der Kanal heißt Drohnen und das ist jetzt schon mal interessant dass ich Dir das hier auf Google zeigen kann Du siehst hier der rankt hier nach den ganzen Shops die das verkaufen die teilweise viel Geld ausgeben wie Amazon und so weiter damit die so weit hier vorne landen. Da kam dieser Kanal dieser YouTube Kanal dieser Drohnen kam an erster Stelle von allen Videos. Und diese Zeitstempel sind jetzt folgendes Du siehst bei diesem Video im Gegensatz zu Platz 2 und Platz 3 siehst Du hier genau mit Zeitangaben was in diesem Video vorkommt. Das hat jetzt mehrere Vorteile Du siehst ja das geht los mit dem Intro dann Einleitung dann Footage Videos im Vergleich zu anderen Systemen da ist hier alles unterteilt und man kann eben zu diesem Punkt der mich interessiert direkt hinspringen Technische Details kommt ab Minute 14,50 Funktionen und DJI Mimo App das kommt ab Minute 19,20 also erstens mal eine tolle Übersicht und wenn ich jetzt hier draufklicken würde dann gelange ich gleich zu dieser Zeit im Video also ich kann mich hier toll orientieren und mir das erzählen was ich möchte. Und das geniale ist das ist eine relativ neue Funktion von YouTube also das dürfte jetzt so ungefähr ein Jahr funktionieren also noch neu und Du kannst hier weitere Keywords eingeben bei diesen Zeitangaben das heißt YouTube filtert hier diese Angaben die Du hier reinpackst raus und rankt das Video natürlich besser und auch auf Google nicht nur auf YouTube weil YouTube liebt das schonmal weil man neue Funktionen von denen nutzt das ist immer ein guter Tipp dass das auch dann belohnt wird von YouTube wenn du von denen eine Funktion nutzt und das Zweite ist dass auch wirklich Dein Zuseher hier ein tolles Erlebnis hat weil er sich genau dorthin orientieren kann wo er das möchte und Du siehst das Video das rankt hier wirklich am Platz 1 und dann kommen erst die anderen und das habe ich jetzt schon bei vielen anderen Themen gesehen weil ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe. Und wie erstellst Du das jetzt das ist wirklich ganz einfach ich zeige Dir das jetzt hier auf meinem Kanal ich habe das jetzt bei meinem letzten Video eingegeben. Du gehst ganz einfach zu Deinen Inhalten dann auf das Video wo Du diese Zeitstampel eingeben möchtest und wichtig ist die musst Du dann hier unten in die Beschreibung packen. Und Du kannst hier das Video das Du hochgeladen hast ganz einfach abspielen lassen das heißt das wird jetzt nicht extra in einen Tab geöffnet sondern Du spielst das hier ab und dann horchst Du einfach wo Du welchen Zeitstampel setzen musst und Du schreibst dann einfach irgendwo in der Beschreibung hier mal die Überschrift Zeitstampel und dann ist mal ganz wichtig dass Du hier eingibst 00.00 und dann schreibst Du Einleitung oder Intro und dann horchst Du einfach wann was kommt und dann ist wichtig dass Du ich zum Beispiel hier bei 1 Minute 57 da fange ich dann wirklich an mal zu erklären was Du für mein Making of Video von diesem Tropical House Mix welche Zutaten Du brauchst das heißt da habe ich jetzt reingegeben Video erstellen Zutaten. Ab Minute 2,39 kam dann die Musik die Du nutzen kannst für YouTube also Musik für YouTube war hier ein Zeitstampel bei 455 Videos für YouTube bei 607 meine Videobearbeitungssoftware und ab Minute 9 und 10 Sekunden kam der Abspann so sind jetzt meine Zeitstampel aus das musst Du einfach nur hier so reinschreiben immer eine Leertaste nach der Zeit und dann wäre es wichtig eben dass Du auch Keywords die gesucht werden hier eingibst muss natürlich zusammenstemmen mit dem Inhalt der tatsächlich wiedergegeben wird und dann gehst Du einfach hier auf Speichern und das habe ich in dem Fall schon gemacht und jetzt zeige ich Dir das wie das auf YouTube aussieht ich öffne das jetzt hier in einem neuen Tab dieses Video vielleicht kommt es auch irgendwann ja ich musste jetzt leider das Video an dieser Stelle unterbrechen und diesen Vorgang rückgängig machen es packt mein System nicht während ich mit Camtasia Studio hier eine Aufnahme mache und dann noch ein YouTube Video abspielen das lief nicht keine Chance ich weiß nicht ist die Leitung zu schwach was auch immer da brauche ich mal eine Lösung kann ich Dir jetzt leider nicht zeigen auf jeden Fall ich packe Dir den Link zu diesem Video wo ich das bereits gemacht habe unten in die Beschreibung dann kannst Du Dir das selber ansehen wie dann auf YouTube diese Zeitstampel aussehen auf jeden Fall so funktioniert es einfach hier so eingeben wie wir das jetzt schon besprochen haben dann auf Speichern gehen und dann ist das fertig und dann sollte das funktionieren ja und das ist tatsächlich ein Ranking Faktor ich habe mir da viele Tutorials auch von den Amerikanern angesehen die sagen da wirst Du richtig belohnt und überholst damit andere Videos zum gleichen Thema das war es schon wenn Dir das Video gefallen hat dann würde ich mich wie immer über ein gefällt mir freuen hinterlasse mir auch gerne einen Kommentar und abonniere meinen Kanal und betätige die Glocke für meine nächsten Videos und ich hoffe in einem von diesen sehen wir uns bis dann